jetzt geht es wieder richtig los das ist perfekt das ist doch zu groß luki kannst du es wieder löschen ja klar wenn man die so kleine ist das kleine ist 2x2 nur und der hier drüben das längliche ist aber warte mal ich kann dir ein dings geben ich komme runter da kommt er nicht rein alles gut aus das ding ist ich habe ein bisschen wieder weil da kommt schon so ein spaß nach abknall okay jeden fall waren die draußen man kann nicht gucken wie viel wird man im insichtbar ich mache kurz hier die wand farbe anders und guck kurz durch darf ich das also kannst du halt so machen dass du nur von innen nach außen gucken kannst ja aber da können sie ja nicht rein eine andere seite holen die bett ist vorne mein inventar von der weed aber ist das wenn man dann verreckt dann ploppt das raus ok wenigstens nicht weg dann wäre alles gut wir lassen die gar nicht das zweite ding hacken wie kannst du leben droppen machen sie kommt ihr heute kommt ihr heute noch mal ja ich habe mir immer noch keine werfen nicht hier nicht hier ich schreien dings da auf michi kriegt dann noch michi kriegt dann noch flash wechseln der sniper das darf man nicht oder hochbau darf man sich nicht ja kämpf gar nicht gegen die kämpf nicht gegen die kämpf nicht ja kämpf nicht ja dann sag dem das warte ich brauch einfach was soll ich ein add machen die play sind in unsere base rein ja passt habt ihr jetzt ein paar ticket aufgenommen ne ich mach keins dann mach ich ich mach hier bauen der ist drin hab ein ticket aufgenommen die bauen sich richtig rein ihr werdet gebannt ihr werdet gebannt ihr werdet gebannt da haben wir gestern hier haben wir gestern wir laufen weg und verpisst euch ohne flachs wir kriegten harten bann wir kriegten bann wir kriegten bann und macht weiter sie doch einfach alle abknallen sie sind doch vorne im ersten raum 4 auf 1 ja ja ich hab die ticket aufgemacht mit hier bauen sich Leute bei admins damit ihr bescheid ist ihr habt vorher angefangen also ihr kriegt dem bann, nicht wir ah ne 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 wir haben alles auf video ja ja gerade Agric測 River hier kommet man nirgendswoh rein hast du 機 Não ihr habt hier überall es zu geproppt Das hat keypads Das hat keypad also dauerne, dauerne Baut die jetzt einfach zu, Jungs. Ne, mach keinen Regelverstoß. Doch, draußen war eins. Ja, gut, ist aber auch ziemlich witzig, wenn irgendwie alles von verschiedenen Seiten positioniert würde. Ja, dann kann man nur einen überfallen. Spielt einfach, lädt oder lass es sein, Alter. Wir haben abgetan. Es ist bug abusing, dass man mehrere Keepers von anderen platziert, weil man nur einen überfallen kann. Das laberst du. Die Base wurde schon aufzubauen und die wird immer manipuliert. Das ist auch die Zeit. Wenn ihr nicht raiden könnt, lass es bleiben. Soll ich aufmachen und ihr schießt durch? So, wir können jetzt entweder eine Lösung finden oder ne? Was wollen wir jetzt machen, ne? Nicht unten, nicht unten. Ich mach hier oben auf, aber ich sterbe einfach. Kannst ihr doch Dings mit? Ich hab keinen immer noch, wie gesagt. Die einzige im Fight, okay? Ich hab da immer noch keine Knarre. Also, ich baue jetzt hier oben. Das oben baue ich jetzt gleich weg. Stellt euch an. Jetzt könnt ihr schießen. Ihr könnt durchschießen. Ein paar sind tot. Unten hat noch einer in der Wall. Genau an der Tür. Ist tot. Ist tot. Ach, die Lala. Sauber, schön. Ich hab bestimmt Autos draußen. Lass mich mal raus und gucken jetzt. Oder die sind ohne Autos? Lächerlich, wie ihr euch zubaut. Ohne Witz. Ich glaub, die meinen nur, dass man keine Fake-Fets haben darf. Aber das haben wir ja nicht, oder? Sie haben drei Tieren auch gemacht, statt einfach die Fahrtrufe. Sie schreit nicht perfekt so viel. Toll. Wie der auch schon durch die Wand auf ihn schießt. Wenn wir überfahren sind? Ja. Ich wusste gerade nicht, ob das im Dings ist. Ob das im Video ist, oder nicht. Denn natürlich sind die das wieder. Wohin? Und durch welche Tür hier kann man noch durch, ne? Ja. Ich würde es einfach oben entstellen. Kommt ihr hoch? Kommen wieder die falschen Tür. Warte, kommt ihr hoch? Ich hab so wie jetzt... Jetzt hab ich natürlich doch ne Menge Wii dabei, ja. 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 Sagst du Michi? Kommt ihr? Ich fahre mal kurz zum Rest-Tops und so alles da rum. Wenn das wieder vier Leute sind, geht das gleich richtig ab. Wir müssen einfach nur aufpassen. Wir müssen einfach nur aufpassen, dass sie das zweite Code-Lock hier drin nicht kriegen. Dann ist es einfach easy. Das heißt, man muss ab und... Das heißt, man muss... Das Ding ist, sie kriegen ja mit ihrem Code-Lock-Hack doch immer nur... Oder wie geht das als Mafioso? Mit dem anderen kriegst du ja nur so ein Prinzip, ob du höher oder... Achso, haben wir jetzt wieder... Haben wir Leute was? Ja, genau. Ja, ja. Vier Leute hab ich ja nie wieder. Haben wir noch so ein Rüstungspack? Ne, ich glaub nicht. Ich hab auch nur noch 51, aber... Naja, ich weiß nicht, wie ich... Das ist fertig jetzt, ne? Die erste Tür, oder? Ach da, ja. Ne, hier oben, weil... Baut schon einer. Oh, die schauen aus. Ich hab einen gut gehadet. Da ist zwei im Schuss. Pass auf, ey. Da ist einer, steht noch unten, ey. Fühlt sich hier an wie ein Auge. Next! Next! Kann ich auch eine Waffe haben? Oh, da hat jemand die Tür aufgemacht, da ist noch einer draußen. Da war noch einer draußen. Alter, mach mal auf. Kann ich den so eine Knarre haben? Oh. Was war das? Hab ich nicht aufgehoben? Die haben gut gedroppt, ne? So für nebenbei. Doch, der M24 hatte der. Okay, let's go, komm. Ähm, Luki. Ja. Kann man einer die Tür nach und nach aufmachen, bitte? Äh, mach ich. Ich mach auch.